Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Two Point Hospital. Ja, bevor wir anfangen wie gewohnt, möchte ich euch kurz einmal zeigen, was bisher geschah, denn ich habe zwischendrin versucht aufzunehmen, aber mir ist kurz vor der... Oder mir ist das Spiel gecrasht und beim Beenden der Aufnahme ist mir OBS gecrasht. Das heißt, die anderthalb Stunden oder was, was ich aufgenommen habe, waren hinüber. So. Und so wie ich sehe, fehlt auch ein bisschen was Stand letztes Mal, was ihr nicht mitbekommen habt. Aber das ist okay. Dann kriegt ihr das wenigstens mit. So. Also, wir sind in Sweaty Poms. Wir sind am Strand. Also, das ist so ein kleines Urlaubsresort, wenn man keine Probleme hat mit Vulkanausbrüchen und Erdbeben. So. Wir müssen vorzeitige Mumifizierung heilen. Sieht sehr lustig aus. Was wir hatten zwischendrin... Oh, da brauchen wir einen Hausmeister. Was wir hatten zwischendrin war wieder eine Epidemie von Fitnessfieber. Es sah sehr lustig aus, Mumien im Fitnessfieber laufen zu sehen. Es sah sehr lustig aus. So. Wir haben... Die vorzeitige Mumifizierung schon soweit erforscht. Und ich sehe gerade, wir haben einiges an Warteschlangen. Genau. So sieht das Teil aus. Na, da ist gerade einer drin. Das können wir uns eigentlich gerade mal angucken, wie der das so macht. So ein bisschen zumindest. Ha. Sehr gut. Da ist Forschung abgeschlossen. So. Komm, zeig uns die nächste Mumifizierung. Dann können wir uns das wenigstens angucken. Ja. Alles super. Und es ist wieder auf Englisch, die Sprache. Ohne, dass ich irgendwas umgestellt habe. Das ist auch sehr... ähm... Lustig. Das letzte Mal war es ja auf Deutsch. Geh weg. Oh, okay. Der ist gestorben. Er kann gleich wieder mumifiziert werden. Tja. Dumm gelaufen. Genau. So sieht das aus. Davon müssen wir jetzt noch 15... ähm... Oder jetzt nur noch 13... heilen. Möglichst nicht umbringen. Aber... Öffentlichkeitsarbeit. Cool. Hey, kannst du... Nein, du kannst nicht. Schade. Kannst du? Nein, du kannst nicht. Schade. Ha. Na ja. Na ja. Kannst du? Ja. Du kannst und du machst. Finde ich gut. So. Äh, wir müssen jetzt was tun... gegen... das Zeug hier. So. Aha. Da ist zur Zeit keiner drinnen. Sogar keiner. Das heißt, ich nehme dieses Teil... und packe es irgendwo hier drüben hin. So, hier so. So. Passt. Dann können wir das hier... genau so, wie es ist... kopieren... und nebendran setzen. Assistant Wanted in Reception. Na, 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 Steuerung. So. Ha, okay, so ging es. So, dann packen wir das da hin. Den hier rüber. Den hier rüber. Nein. Schade. Schade. Jetzt aber. So. Fertig. So. Haben wir einen Arzt? Brauchen wir einen Arzt dafür? Das ist die große Frage. Ah, okay. Notfallfraktur. So. Fünf Patienten mit Armleuchte. Ja. So. Du könntest mal... Hör auf, Angst zu haben und löscht das. Meine Güte. So. Wir haben vier Betten. Aber das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Ist hier oben irgendwas? Oh ja. So, wenn wir hier gerade dabei sind. Wir haben hier so viele. Packen wir eines da hin. So. Passt. Und da kommen die Frakturpatienten. Ähm. Ja, draußen ist warm, ne? Okay. Ähm. Ach, hey. Die Emine. Die Emine. Please ignore the Explosion. Everything is under control. Oh. Ha. Okay. Jetzt ist das Teil tatsächlich explodiert. Ich wusste nicht, dass das geht. Das war mir... Oder das ist mir neu. Äh. So. Gut dann. Ah. Errungenschaft, weil mir was explodiert ist. Cool. Aber ich glaube, wir brauchen... Wir brauchen... Was ist das denn hier? Und warum ist das denn hier? Wir müssen ein bisschen mehr... Wir müssen ein bisschen mehr Leute einstellen. So wie das aussieht. Jetzt brauchen wir ein bisschen... Ein bisschen mehr Leute. Neue Krankheit. Aha. Oh nein, eine... Oh nein, man muss Entscheidungen treffen. Unsere Finanzmittel. Quatsch. Das erholt sich wieder. Das erholt sich wieder. Wartet ab. Beförderung. Klar. Die sind am Machen. Die sind am Tun. Was willst du denn? Verdiene. Ja, ja klar. Der macht Pause. Oh. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. So. Aha. Hier läuft alles. Bei unseren Pflanzen hier echt... Ei, 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 ei. Hab ich hier nicht eben einen Hausmeister hingeschickt? Ich hab hier doch eben einen Hausmeister durchgeschickt. Oder etwa nicht? Okay. So. Hier muss ich mal gucken mit der... Oh. 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 Hier ist gut warm. Ähm. So. Na komm. Ich hätte dich gerne einfach nur... Da. Danke. Sag ich doch, dass er holt sich wieder. So. Die stehen noch immer Schlange. Wo? Ach, hier. Hier, meine. Ähm. Dann nehmen wir das hier. Das wird bearbeitet. Und da hingesetzt. Dann nehmen wir das hier. Kopieren das Ganze. Und setzen das dahin. So, ganz einfach. Ganz. Einfach. Epidemiewarnung. Was ist denn diesmal... Oh, geil. Wieder Fitnessfieber. Okay. Sekunde, Pause. So. Wir haben Fitnessfieber. Sechs sind jetzt schon infiziert. Wollen wir doch mal gucken, ob wir hier irgendwo... ...jemanden rumfitnessen sehen. Noch sieht man nicht so viel. Noch sieht man nicht so viel. Aber manchmal hat man Glück und... ...ähm... ...sieht schon. Ah, da brauchen wir einen Hausmeister. Da brauchen wir auch einen Hausmeister. So. Manchmal hat man Glück. Da ist einer. Da ist noch einer. Das letzte Mal waren die alle auf so einem... ...auf einem Haufen. Ähm. Ups, Alter. Schmeiß um. Und hat man das doch recht... ...gut gesehen. Aber dieses Mal... Ich dachte gerade, da würde ein Kopf fehlen, weil das hier so... ...so aussah. Ha. Ähm. Ha. Ha. Da haben wir wieder eine Mumia, die... ...der Fitness... ...sicht der Fitness verschrieben hat. Ah, herrlich. Schön. Schön. Die wird direkt... Ähm. Ist ja noch einer. So. Sind nur noch zwei infiziert. Du siehst auch so aus. Einer. Einer. Bist du das? Nein. Es ist nur noch einer. Einer. Der hängt garantiert hier irgendwo. Kommt nicht gescheit voran. Doch. Und auch ein Tag. letzte Mal. Einer. Gange. Vertraue. Einer.